Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 und möchte Ihnen sehr gerne interpretieren, Sie ist gewünscht die Schnellste der Frau im Turnier und Sport in Lamprannhof. Grundelemente über jeder Sportart ist immer die regulierte Hördarm. Er hat gelernt, ruhig sitzen zu bleiben. Noch mal zur Erinnerung, er ist ganz alt, ruhig sitzen zu bleiben und zu bewulden, dass ein anderer Umgekehrt rumgeht. Das sind die Anwälte unserer Grundausbildung auch. Die Beschäftigung zwischendurch muss dann einfach sein. Der Verein, das wurde schon einmal erklärt, in allen 300 Sportvereinen, die hier vertreten sind, wird ausschließlich mit positiver Verkleidung gearbeitet. Das heißt, mit Leckerli, Lohn oder Spielzeug. ... ... ... Diese Vorführung ist für uns für die Hunde sehr, sehr anstrengend, so wie jede Kopfarbeit für Hunde anstrengend sind. Genau das ist das, was die Hunde brauchen. Die brauchen nicht nur, dass sie in die Gasse gehen, sondern die brauchen die Betätigung, die sogenannte Kopfarbeit, sagen wir dazu, das können Trick sein, das können Aufgaben sein, um hier etwas zu tun, etwas zu bringen oder nur B3 hier Lockdown zu machen. Was uns da ganz deutlich damit auch zeigt, ist, dass man nicht nur mit den Border-Pollies Sport machen kann, sondern eigentlich hat sich jede Runde, was sie dafür einwillt. Wir haben unsere Vorführungen schon vervollzahlt, wir haben eine sehr vielfältige Rassenmaik hier, Mischlinge, Leratina. Wer hat zum Beispiel stand ursprünglich aus an, Thiamain, er geht auch als Beweis dafür, dass man auch es nicht lohnt, an Thiamain zu holen. Was sie einfach auch nur dankbar sind, wenn sie endlich das Haus bekommen. Was sie einfach nur andere gesehen haben, was sie einfach auch perereit, wenn sie unten auf die Rücken fallen fallen, fallen sie nicht. Alles das, was auf jeden Fall nicht so einfach aussieht, wird alles über verschiedene Handzeichen erarbeitet. Ich gebe die Art, weil man aus dem Kurs und B, die Mundenweilung muss und drückend auch noch die Reihenfolge bei der Weltstandshaltung zu sein. Wir sehen in welcher Ruhe auch hier, weil wir in der Aufschwung die Munde arbeiten. Unterhunde sind keine Maschinen, keine Roboter, sondern die Fühlung und Geduld, da reicht alles. Was hier ist, also sehen, ist extrem schwierig. Ja, super, klar. So, ich nenne von dieser Beugung Frau Gassius, Vater zur Erinnerung, Frau Arjus, der Kanzel, 10 Monate alt. Herr Rupp ist neben seiner freundlichen Karriere auch ein ausgesendeter Helfer aufgeboten. Und wir bedanken uns für alle drei für diese hervorragende Forschung. Vielen Dank.